cohooo Cthulhu saves the world herzlich willkommen zur neunfrühmorgentlichen Folge auf meine Sicht Je so da ist ja unsere feine kleine Gruppe wo waren wir denn ich glaube in diese Richtung wollte ich hoffe ich doch zumindest da gehts zum Endboss hin, aber hier ist wenigstens das da Ja, äh, falsche Taste Yeah So, äh, ja Da müssen wir hier nur noch so ein bisschen untersuchen Wir haben noch 19 Kämpfe vor uns, meine lieben Freunde Oh, da geht's auch zum Okay, warum geht's überall zum Nein Und da fängt es schon mal gut an Drei Pyromanie und zwei Kabooms Die missverständenen armen Kreaturen erscheinen Feuer gibt ihnen Stärke Das werden wir mal, äh, auspusten Oder nur mehr einfach, dass sie schnell verbrennen sie Dark Strike Und das sollt ihr ihnen auch wiedersehen sagen lassen Und ähnlich gehen wir jetzt auch weiter vor Electric, äh, magie Was könntest du mal schönes machen? Fokus Ja, du, du, äh, fokus Erstmal eine Runde Die sind natürlich stärker und böser Von der Tendenz her Darum machen wir jetzt erstmal einen Snowstorm auf die Macht leider nur 150 Damage Ist nicht viel Sie macht sich, aua Aua Lass doch mal die beiden in Ruhe Weg ist einer Aua Autsch Okay, das war böse Muss mal Gelände auszudrücken Was haben wir denn hier noch? 220 Alles klärchen Technik, die Begeister hat Dark Strike Weg und weg mit dem Vieh Du könntest mal Einen Full Heal auf Oktober machen Ich hoffe, das kommt nur früh genug an Nein, wir machen das anders Wir machen das anders Machen das anders Yes Äh, du Genau, du machst Flat Du flattest eine Runde Und du wolltest Und du Heilst unsere gute Oktober Dass sie auf jeden Fall da bleibt Boah Das hat gesessen Wie viel haben sie noch? Okay Ultraböse Ultraböse Böse 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 30 Posen Star Wars von Ellie Du konntest dich erstmal selber hochheilen Du machst auch erstmal Potion Auf Gut Hulu, dass der angreifen kann Ah, der hat es Oktober erwischt Autsch, das ist doch Böse Ist das doch So, wie viel haben sie? Hm Habe ich irgendwas, das die beiden vielleicht auch aus den Laschen haut? Leider nicht So kriegen wir auf jeden Fall einen weg Potions Ähm Alternativ Was hast du? Quickdawar 400 So Hey, hey, hey Ich hoffe du Wie viel hat er noch? 5461 Wir gehen natürlich auf Nummer sicher Viel zu viel Stress am frühen Morgen Viel zu viel Stress Ei, 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 ei Ach Ein Schluck auf den Sieg Dem wird Wasserstillen nicht gerecht Aber immerhin Ei, 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 ei Fängt ja schon wieder gut an So Wir wollten hier weitergehen Und weiter durchsuchen Weil da ist noch eine Kiste Oh, da kriegen wir sie Wie kriegen sie, wie kriegen sie Ja, meine Kiste Eine 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 Vulcanic Tome Equip So Ähm Hast du Toms? Ne, du hast du nix Flame Tome Bla 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 Ja Haben wir die Jungs Sich hier eigentlich mal unterhalten lassen Ah, endlich mal Geht's wieder um Pfötchen Pause I don't know how to ask this But are you a You know Speed it out Are you a boy alien or a girl alien In my race There are no boys or girls Each individual Has their own unique gender Kann das nicht ein bisschen kompliziert werden Klingt irgendwie nach Facebook Mit seinen Was sind sie aus Was für ein Geschlecht Haben sie Oder glauben sie zu haben Äh Methoden Interviewing Ich kenne das Wort nicht Aber ja What should we call you then? He will be fine Okay Pause Is a boy kitty Oh Gott Why do I even bother? Okay Das war's wert Sehr schön Frage ist halt Ist hier noch mehr? Äh Ich gehe mal die Reihe durch Hat man sowas? Nein Das ist ein böseres Ründchen Das ist ein böses Ründchen Da mache ich mir Tentakel Tentakel war mal Dann Flatten war eine Runde Dann Woiden war Und dann Machen wir nochmal Warte mal Ja Snowstorm muss es ja leider sein 180 Damage Aua 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 238 Yeah Aua Aua Okay Die Feen hat es zum Glück erwischt Die sind auch gleich weg Und selbst die dürften wir so erledigt kriegen Mit einer Runde noch Wenn wir die überleben Ahahahah So Magic Flannen Magic Void Magic Snowstorm Aua 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 Okay Jetzt wird es lustig Technik Tentakel Aua 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 Okay Machst du weg Machst du weg Machst du weg Ich will gar nicht wissen was das hier am Ende für ein Gegner wird Also Los Drachos Da Nein Da freue ich mich noch gar nicht drauf So dann geht es halt dort Dann kommen wir hier vielleicht Wo geht es denn hier hin Ahja Alle Wege führen zum Endboss Alle Wege führen zum Endboss Wir gehen jetzt mal die Leiter da hoch Salaman Okay das wird interessant Dann machen wir erstmal Erstmal will ich den da weg haben Aus Gründen Du fokust Und du machst Paralyse Verdammt Er hat widerstanden Verdammt Autsch Aua Aua Es geht jetzt auch Fokto Uuhuhuhu Ba Hm Darkstrike Okay Verladen wir mal Wie viel habt ihr Okay Nein Nein Doch Oder Weiß nicht Potion So Tyrix kriegt wieder einen drauf Salamander attackiert Salamander Ui Rampage Ja kein Wunder Dass der uns allen richtig Haut der rein Ist das böse Oder ist das böse Oh Darkstrike Hallöchen Elektro Tide Und ja Void Und dazu noch einen schönen Nein Wir versuchen es nochmal mit Paralyse Das kann nicht wahr sein So Jetzt einfach nur noch draufhauen Das sind echt starke Gegner Muss man sagen Ja hoffen wir mal Dass wir hier alles haben So jetzt sind wir wieder voll Jetzt muss ich nochmal hier kurz Da einmal rum So hier müsste es jetzt also Zum Los Bossos Ne Alles Wege führen hier lang Na gut Wie machen wir euch denn mal alle Das ist viel zu schwach Ist das doch eigentlich Okay Darkstrike Electric Magic Void Magic Snowstorm Au hört auf damit Was ist die immer so viel früher Das ist nicht nur Pause ist gut So Auf Wiedersehen Hier Also Zack Zack Hallo obere Etage 15 Kämpfe haben wir noch für uns Das Schlimme ist Diese Unterhaltung von Umi und Pause Erinnert mich so ein bisschen an Twitter gestern Und Küsschen Ich sag nichts mehr Dem guten Jungen Sollte man glaube ich auch mal aufklären Dass es Unter Gottes Himmel Mehr als Frauen und Männer gibt Zumindest Wenn man es genau betrachtet Und wer glaubt Dass Metrosexualität Eine sexuelle Orientierung ist Guten Morgen Das ist ja dann doch Ehr eine andere Einstellung So Schön in die Mitte Du 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 Fokust Erstmal Ach man No Meta Paralysiert Oh Erfahrung ist es Verdammtes Viecher Wollen wir auf Oktober Pause Defense Droops Ja Äh Drops Der Drops ist gelutscht Treffer Aua 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 Nein Ach ihr miesen Klein Schweinchen Ja Dann holen wir den schon mal weg Dann flatten wir einfach mal Und du machst mal A potion Auf unseren guten Oktober Damit sie wieder da ist Aua Jetzt kriegt Ja Hört einmal auf Wovon ist er eigentlich noch da Können wir das mal einer erklären Magic So Scheiß drauf Wo ist Magic Snowstorm Drauf da Nein Das gibt Das gibt Eine fette Niederlage Das gibt Eine richtig Fette Niederlage Was soll ich jetzt machen Ich könnte jetzt Cthulhu zurückholen Hey Ich bin tot Guck mal Den Bildschirm Haben wir lange nicht gesehen Yay Wenn der endlich mal Das stehen würde Saved The World Dass es geschafft wäre Wäre schön Verdammt nochmal Dann nehmen wir mal Den anderen Weg hier So Wo geht es hier hin Hallo Äh Sackgasse Verdammt Ich wollte nicht zu Sackgasse Den chinesischen Minister Für Einbahnstraßen Die am anderen Ende Natürlich schön zugemauert werden So Die sind echt mies Die Truppen Die jetzt so kommen Die waren bei der letzten Aufnahme Deutlich angenehmer 150 Das ist nicht viel Aber immerhin Es gibt Es gibt es doch echt Nicht Oder Zack 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 Okay Hau drauf So Magic White Magic Snowstorm Lass doch mal den Was gibt es nicht Äh Ich kriege Grrrr Und wieder von hier Miau Ich kriege Titten Dann nehmen wir jetzt wieder Den Weg hier Da oben Hatten wir ja schon So Und da ist er wieder, der Kampf. Natürlich! Natürlich! Kaboom-Star. Technik Electric. Ja, ja, ja. Du sollst auch voiden. Und bitte lass es klappen. Er ist gestunt. Wir haben eine Chance, dies zu überleben. Ei, 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 ei. So. Gutes Brutzeln, mein Freund. Dark Blast. Auf ihn drauf. Und du kannst jetzt mal was wissen. Eigentlich dein stärkster Quickdraw, glaube ich, ne? Ist das Quickdraw? Ist tatsächlich Quickdraw. Er braucht endlich mal vernünftige Attacken hier. Aua. Däh. Kiss. Okay, wir müssen auf jeden Fall... piercen das da nein, das ist immer sowas das ist ein deadly kiss dark blast oder mein quickdraw treffer, treffer, weg hui hui target random enemies, power 4x329 schaden, nicht schlecht double spell power ich glaube er kriegt fokus mehr mp und magie, mehr mp und agilität, agilität damit es immer schneller dran ist, andere reihe stärke ah, snowstorm target random enemies ja 4x162 wir nehmen denen erstmal mit dark magie ja, hier ein bisschen agilität gleich noch mit drauf falls man es immer brauchen wird safe, safe, safe so ich sage an dieser stelle, vielen Dank fürs anschalten zu schauen, ich hoffe es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge tschüss lasst